Das Wort hat die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Frau Abg. Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir erinnern heute an die Gründung des Landes Hessen und das Inkrafttreten der Hessischen Verfassung vor 70 Jahren. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das waren die Lehren aus dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Viele Menschen, die 1945 aus Konzentrationslagern und Gefängnissen der Nazis befreit worden waren oder aus dem Exil zurückkehrten, machten sich daran, eine neue, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Die Atmosphäre dieses Neubeginns 1945 beschrieb Elisabeth Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung, wie ich finde, eindrücklich in ihrer Erinnerung an das erste Treffen von Sozialdemokraten im Kasseler Rathaus kurz nach Kriegsende. Sie war um 4 Uhr morgens aufgestanden, um sich auf den sechsstündigen Fußweg von ihrem Wohnort Melsungen nach Kassel zu machen. Ich zitiere, die erste Zusammenkunft hessischer Sozialdemokraten nach dem Hitlerreich. Ich empfinde heute noch Rührung über die Freude, dass wir noch da waren. Über jeden haben wir uns gefreut, der noch oder wieder da war. Es war eine unendliche Freude darüber, dass wir wieder frei atmen können. Nach der Befreiung vom Faschismus entwickelten sich an vielen Orten gesellschaftliche Bewegungen, die auch durch Landesverfassungen den Grundstein für ein neues gesellschaftliches Gebäude legen wollten. Darunter verfolgte viele das Naziregime, Gewerkschafter, Kommunisten, Sozialdemokraten und Christen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass eine politische und auch eine wirtschaftliche Neuordnung bedeuten müsse. Nicht nur von SPD und KPD, sondern bis in die Reihen der Union wurde die Auffassung vertreten, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden sei, wie es im A-la-CDU-Parteiprogramm von 1947 heißt, denn bei einer Formaldemokratie in der Politik und beim Vorhandensein eines Absolutismus in der Wirtschaft kann niemals eine Grundlage für eine sinnvolle Neuordnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens gefunden werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, dieses Zitat stammt nicht von Karl Marx, es stammt von Karl Arnold, Mitbegründer der CDU und ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Die Hessische Verfassung ist ein Bekenntnis zum Frieden, zum Antifaschismus, zur Gleichheit und Freiheit der Menschen, zu sozialen Rechten und zur Beschränkung wirtschaftlicher Macht. Sie war die erste Landesverfassung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland verabschiedet wurde, am 1. Dezember 1946 durch Volksentscheid 76,9 % der Wähler stimmten für die Verfassung. Frieden, Völkerverständigung und die Ächtung des Krieges sind zentraler Bestandteil der Hessischen Verfassung. Art. 69 besagt, jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. Die Lehrer, aus dem Aufstieg des Faschismus zu ziehen, bedeutete Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte in der Verfassung als unveräußerlich zu verankern, ebenso wie die Demokratisierung und Gemeinwohlorientierung der Wirtschaft. An vielen Stellen in der Hessischen Verfassung zeigt sich dieser antikapitalistische Grundansatz und das Ziel einer wirtschaftlichen und sozialen Demokratie. Denn vielen war noch in lebendiger Erinnerung, dass es auch der Druck und Einfluss des Großkapitals war, der zum Aufstieg der Nazis führte. Wolfgang Abendrot schrieb, abgesehen von Teilen der liberal-demokratischen Parteien waren sich alle politischen Parteien zunächst mit den Gewerkschaften in der Erkenntnis einig, dass der Weg in die faschistische Diktatur nur durch die spätkapitalistische Struktur der Wirtschaft und das Bündnis zwischen dem Management der Wirtschaft und der Nationalsozialistischen Partei möglich geworden war. Deshalb war die Überzeugung Gemeingut, dass diese Struktur verändert werden müsste. Max Horkheimer, einer der führenden Köpfe der Frankfurter Schule, formulierte es noch etwas zugespitzer. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. So nehmen die sozialen und wirtschaftlichen Rechte und die Pflichten einen großen Raum in der Hessischen Verfassung ein. Sie finden sich gleich im ersten Hauptteil unter der Überschrift die Rechte des Menschen. So in Art. 38. Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zwecke hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen. Sinnvoll lenken heißt eben nicht, es dem Markt zu überlassen. Der Reichtum, der gesellschaftlich produziert wird, soll gerecht verteilt werden und nicht in den Taschen weniger landen. Art. 39. Jeder Missbrauch der wirtschaftlichen Freiheit, insbesondere zu monopolistischer Machtzusammenballung und zu politischer Macht, ist untersagt. Vermögen, das die Gefahr solchem Missbrauch in sich birgt, ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Gemeineigentum zu überführen. Bei festgestelltem Missbrauch wirtschaftlicher Macht ist dabei sogar auf Entschädigung zu verzichten. Großgrundbesitz sollte im Rahmen einer Bodenreform eingezogen werden. Meine Damen und Herren, der Gesetzgeber hat diese Artikel in der Verfassung nie umgesetzt, leider. Was würde es bedeuten, wenn wir diese Verfassungsartikel heute umsetzen würden? Was würde es bedeuten für Konzerne wie E.ON und RWE, Amazon oder die in Hessen ansässige Eigentümerfamilie von BMW, wenn Kapital begrenzt wäre? Ich finde, bei den Energiekonzernen sehen wir beispielhaft, wie diese monopolistische Zusammenballung und ein daraus resultierender enormer politischer Einfluss z.B. die Energiewende ausbremsen. Die heutigen Eigentumsverhältnisse blockieren also gesellschaftliche Entwicklungen. Wirtschaftliche Macht ist gleichbedeutend mit politischer Macht, aber umgekehrt gilt das weit weniger. Parlamente und Regierungen sind erpressbar, wenn Konzerne über die Infrastruktur und Arbeitsplätze entscheiden. Dann bestimmen Sie die politische Agenda, egal welche Parteien regieren. Genau das sollte durch diese Verfassungsartikel verhindert werden. Die Verfassung geht noch einen Schritt weiter und fordert in Art. 41 die Sozialisierung der Schlüsselindustrie. Über diesen Artikel wurde in einer Volksabstimmung gesondert abgestimmt. Darunter Bergbau, Betriebe der Eisen- und Stahlerzeugung, Betriebe der Energiewirtschaft, aber auch das Verkehrswesen, vom Staat beaufsichtigt und verwaltet werden sollten, die Großbanken und die Versicherungsunternehmen. Das geht weit über die betriebliche Mitbestimmung hinaus. Es geht um eine weitreichende Demokratisierung, und zwar nicht nur einzelner Betriebe, sondern ganzer Wirtschaftsbranchen, Schlüsselindustrie, die nach Ansicht der Mütter und Väter des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung so wichtig für die Gesellschaft sind, dass sie nicht der Privatwirtschaft und den Marktmechanismen überlassen werden können. Der damalige hessische Wirtschaftsminister Harald Koch sagte, wovon man sich auch immer leiten lassen mag, von christlicher, von sozialer und politischer Verantwortung, der Weg in eine glücklichere Zukunft führt über den Sozialismus zur Demokratie, so der damalige Wirtschaftsminister, der versuchte, durch Gesetze diese Sozialisierung umzusetzen. Meine Damen und Herren, das Wort Privatisierung taucht in dieser Verfassung gar nicht auf, und zwar weder in Bezug auf Kliniken noch in Bezug auf Justizvollzugsanstalten und auch nicht in Bezug auf alles andere, was in den letzten Jahren so ausverkauft wurde. Auch bei Art. 47, bei den Besteuerungsgrundsätzen, klaffen Verfassungstext und Realität leider weit auseinander. Denn darin heißt es, dass Einkommen und Vermögen nach sozialen Gesichtspunkten besteuert werden müssen, in der Realität werden Vermögen gar nicht besteuert. Auch hier würde ich mir wünschen, dass diese Verfassung etwas ernster genommen würde. Erwin Stein, CDU, erster Kultusminister in Hessen sowie später 20 Jahre lang Verfassungsrichter am Bundesverfassungsgericht, schrieb 1976 zum 30. Jahrestag der Hessischen Bundesverfassung. Mit der Anerkennung der sozialen Achtung des Menschen vollzieht die Verfassung die geistige Wende zum Sozialstaat und erteilt damit den Staatsorganen zugleich den Verfassungsauftrag, eine unverkümmerte, freie Existenz der Menschen zu pflegen und zu fördern. Dazu gehören vor allem das Recht auf Arbeit und Erholung, das Recht auf Schutz der Gesundheit, das Recht auf Bildung und Erziehung, vor allem die Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit sowie das Recht auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Fortschritt. Hinzufügen könnte man das Streikrecht und das Verbot von Aussperrungen. Auch das sind wichtige Errungenschaften für die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften. Laut Art. 33 muss gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten, und der Lohn muss zum Lebensbedarf für die Arbeitenden und seine unterhaltspflichtigen Angehörigen ausreichen. Die Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen und die über 300.000 Menschen, die in Hessen zu Niedriglöhnen arbeiten, sind demnach ein permanenter Verfassungsbruch. Die Hessische Verfassung beinhaltet auch ein Bekenntnis zum Acht-Stunden-Tag und nicht zur 42-Stunden-Woche für Beamten. Meine Damen und Herren, ich möchte auf ein weiteres Grundrecht in dieser Verfassung hinweisen. In der Hessischen Verfassung und später im Grundgesetz wurde ein Grundrecht niedergeschrieben, das eine wichtige Errungenschaft ist, auch aus der Lehre der Geschichte, das Asylrecht. Dieses Asylrecht wurde ausgehöhlt durch den Asylkompromiss 1992 auf Bundesebene und auch durch die jüngste Gesetzgebung. Für uns ist das Asylrecht ein unveräußerliches Grundrecht, das keine Obergrenzen kennt und verteidigt werden muss. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Auch die Hessische Verfassung enthält in Art. 7 ein Bekenntnis zum Asylrecht. Fremde genießen den Schutz vor Auslieferung und Ausweisung, wenn sie unter Verletzungen der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Hessen geflohen sind. Zu diesen in der Verfassung niedergelegten Grundrechten gehören, dass Leben und Gesundheit und Würde, dass Menschen unantastbar sind. Meine Damen und Herren, wer die Hessische Verfassung ernst nimmt, der darf nicht in Länder wie nach Afghanistan abschieben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Menschen, die vor Not, Elend, Verfolgung und Krieg fliehen, dürfen nicht abgewiesen und abgeschoben werden. Rassismus und Vorurteile bekämpft man am besten durch eine Willkommenskultur. Um es in den Worten des früheren Ministerpräsidenten Georg Augustin zu sagen, Hessen ist, wer Hessen sein will. Meine Damen und Herren, der 70. Jahrestag des Inkrafttretenes der Hessischen Verfassung ist Anlass, kritisch zu hinterfragen, in welcher Verfassung Hessen heute ist und wie weit die Errungenschaften und Ziele, die in der Verfassung verankert sind, verwirklicht sind. Leider klafft da zwischen Verfassungsanspruch und Wirklichkeit eine gewaltige Lücke. Wir leben in einem Land, in dem die einen mit Wohnraum spekulieren, während andere kein Dach über dem Kopf haben. Wir leben in einem Land, in dem das Vermögen zweier hessische Familien die Staatsverschuldung des Bundeslandes beinahe übersteigt. Wir leben in einem Land, in dem Banker mit Milliarden jonglieren, während sich viele Kinder im Schatten der Bankentürme ihr Schulessen nicht leisten können. Die soziale Kluft wächst. Wir haben mittlerweile in Deutschland mehr Multimillionäre als in Saudi-Arabien. Gleichzeitig liegt die Lebenserwartung bei Obdallosen in Deutschland bei 46,5 Jahren, 30 Jahre unter dem Durchschnitt. Diese soziale Kluft zeigt sich auch gerade in der Landeshauptstadt in Wiesbaden. 100 Einkommensmillionäre leben in dieser Stadt, während jedes vierte Kind als arm gilt. Diese offensichtlichen Widersprüche stellen die Legitimität der heutigen Wirtschaftsordnung zunehmend infrage. Nach einer Umfrage glauben 90 % der Deutschen nicht, dass der Kapitalismus die drängenden sozialen und ökologischen Probleme lösen kann. Das glaubten die Mütter und Väter der Hessischen Verfassung auch nicht. Meine Damen und Herren, wer heute die Grundsätze und die Artikel der Hessischen Verfassung verwirklichen möchte, wenn man das heute verwirklichen würde, käme das nicht weniger als einer politischen und sozialen Revolution gleich. Prof. Wippermann sagte vor Kurzem in einer Anhörung zum Linksextremismus, zeigen Sie dem Landesamt für Verfassungsschutz, was alles in dieser Verfassung steht. Sie werden anfangen zu rotieren. Die Eigentumsstrukturen müssten grundlegend verändert werden, wenn man diese Verfassung umsetzen wollte. Wenn 10 % der Menschen über zwei Drittel des Vermögens verfügen, dann ist das eine Ungerechtigkeit. Solange die Demokratie am Betriebstor endet und Konzerne unser Leben bestimmen, wird die Demokratie unvollständig sein. Wir können Parlamente wählen, aber was nutzt es, wenn Konzerne und Banken maßgeblich über unser Leben entscheiden? Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem Bedürfnisse der Menschen an allererster Stelle stehen. Echte Demokratie und Freiheit bedeuten auch demokratische Entscheidungen über die Wirtschaft. Die Ideale der bürgerlichen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Demokratie sind nicht einlösbar, solange das Privateigentum sakrosant bleibt und die soziale Ungleichheit nicht beseitigt wird. Ohne wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bleiben die bürgerlichen und politischen Rechte weitgehend wirkungslos. Es geht um Freiheit und um ein selbstbestimmtes Leben. Es geht um den Zugang zu Bildung und Kultur und um zwischenmenschliche Beziehungen, bei denen es keinen Herrn und keinen Knecht, keinen Herrscher und keinen Beherrschten gibt. Alle fünf Jahre ein Parlament zu wählen, kann nicht das höchste Stadium der Demokratie sein. Auch hier der Verweis auf die Verfassung. In Art. 116 heißt es, dass die Gesetzgebung ausgeübt wird erstens durch das Volk im Wege des Volksentscheids, und erst an zweiter Stelle wird der Landtag genannt. Recht und Verfassung sind immer Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Es ist auf die wechselvolle Geschichte fortschrittlicher Bewegungen in diesem Bundesland hingewiesen worden. Die Verfassung zu schützen bedeutet, sich gegen jeden Versuch zu wenden, die politischen und sozialen Errungenschaften beispielsweise in der Enquete-Kommission preiszugeben und zu entkernen. Wir halten es für richtig, dass Volksbegehren erleichtert werden, dass das passive Wahlalter gesenkt wird. Die Todesstrafe ist abgeschafft, und es sollte sie auch im Verfassungstext deutlich werden. Diese Veränderungen tragen wir mit. Die Verfassung sieht aber eben keine marktkonforme Demokratie vor, wie es die Kanzlerin ausdrückte. Ganz im Gegenteil. Wir täten besser daran, die Realität im Sinne der Verfassung zu ändern, anstatt die Verfassung den gesellschaftlichen Missständen anzupassen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Wir wollen die sozialen und politischen Rechte mit Leben füllen und Alternativen zum Kapitalismus entwickeln. Dabei ist diese Verfassung kein Hindernis, sondern eine Verbündete. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank.